Ja, mein Lieben, so, schau, ba und ihr wisst, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute Minecraft Ender Games, nicht alleine, sondern mit dem lieben... Hi, mein Name ist WionxWion. Ich kann es Ihnen im Video beschreiben. Wir spielen heute natürlich wieder mit einem wunderschönen Kit und da spielen wir heute mit dem Redstone-Eye-Kit. Und die Fähigkeiten des Redstone-Eye-Kits sind, der Redstone-Eye-Kits setzt ein technisches Know-How für den Fernkampf ein, erfüllt Minen und C4 mit sich und kann diese aus der Entfernung zünden. C4 funktioniert dabei nur in der Nähe von 40 Blöcken. Seine Ausrüstung ist der Detonator, das ist denkmal, das ist so der Zünder. Und 10 C4 plus 8 Minen, Alter. Er hat mich gezwungen, dieses Kit zu holen. Stop. Sonst kriegt er gleich einen auf den Schnauzer. Vielleicht nicht passieren. Alter, die Runde ist voll. In Ender Games ist ja lecker. Ja, geil. Ich habe Ender Games so oft gespielt. Ich habe echt gedacht, dass ich das rein... Ich habe was. Weizen und Äpfel. Guck mal, was ich kann. Guck mal, guck mal her. Hallo. Ich kann das hier einfach machen. Und dann... Ah. Das Erste, was ich gelernt habe in Survival Game. Survival Game. Survival Game. Really, nigga? Ziel für diese Runde ist, oder für die weiteren Runden, die folgen mögen, dass wir den Vorteil dieses Kits ausspielen. Ich habe eine Idee. Da ist ein Typ. Da ist ein Typ. Ah, ich sehe es. Ja, ich habe ihn getrackt. Ich habe ihn... Oh, Lul. Pieps. Ich bin tot. Ich habe eine Idee. Guck mal, ich habe eine Idee. Guck mal, wir können... Guck mal. Was passiert? Wenn ich auf die Druck... Nein, nein, nein. Hör auf, hör auf, hör auf. Jetzt, komm mal her. Ich habe eine Idee. Ich baller hier richtig viel TNT hin. Und dann... Und dann lockst du jemanden an. Und dann zünde ich das. Okay? Lock den... Du bist so ein... Really, nigga? I see me swimming. I'm hating. I am hot. I'm the hottest guy in the world. No, God! Uff, da schreibt jemand, Oh, Lul. Ach, das ist... Der Anführer Smurikas. Der Mann, der ist alle in Schacht für... Oh, ja, kann... Hä? Hörst du auf Deutsch? Ausblender raus! Ausblender raus! In den Typen da vorne. Lauf drüber! Lauf! It's a prayer! Oh! Ich bin gestorben bei mir ein Ende erzählen. Der kommt nicht über die Liede. We will make America great again. Aber ich habe ihn bekommen! Ja! First kill. Da würde ich sagen, das soll es von einem Video gewesen sein. Hier findet ihr die anderen Videos. Da könnt ihr auch... Ihn abonnieren, mich abonnieren und das vorletzte Video schauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr zeigt es mir mit einer Bewertung, schaut beim Volnox vorbei, habe ich schon gesagt. Aber trotzdem... Und ja, das Kit... Und deswegen esse ich gar keine Scheiße. Das Kit war eigentlich auch ganz interessant. Also eigentlich ganz lustig. Das heißt, wie beim Bomber Kit, wenn ihr ein bisschen Fun haben wollt, holt euch das Kit, aber spielt auf BZTV und es ist auch was besser. Also dann, da würde ich auch mal sagen... Er hat mich gezwungen, dieses Kit zu kaufen. Wir erklären das später. Also würde ich auch mal sagen, haut rein, macht's gut und... Ciao! Sayonara!